Moin moin meine Freunde, heute ist einfach mal wieder Infinity Setup am Start. Ich hoffe, dass wir kein Token spielen müssen. Ich will auch kein Token spielen. Wir müssen gucken, was wir schaffen. Wir gehen direkt rein. Viel Spaß. Ja, Izzy, wollen wir mal gucken, direkt rein. Nicht lang quatschen, direkt rein. Kurz zeigen. Hier, der Kollege Schnürschuh hat einen Infinity Bun gemacht. Ja, das heißt... Oh, den Ton muss ich noch anmachen. Ich habe zweimal gemacht, einmal 16, einmal 15, keine Ahnung. Hat nicht geklappt. Ihr könnt mal... Ich würde so reingehen. Ja, ja, ich auch. Vierer Babys, alles bleibt. Ist gut. Rocket. Nice. Ja. Sechster Babys. Ja, dann so, dann drei Archer. Ah, ne, die Spirits. Von einem stirbt aber keiner. Also ein Goblin und dann die Spirits. Ach, schmutz, egal. Der braucht einer noch, zwei Hits oder was? Ein Goblin kommt nach. Ja, hoffentlich. Ja, ein Archer auch gut. Frontlines. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Babys, ja. Aber das ist absoluter Müll. Was will man mit fünf Babys machen? Ja. Vielleicht müssen wir schon ein Goblin noch spielen jetzt. Ja, weiß ich nicht. Nochmal ein paar Prinzen? Swappies? Ja, Swappies. Ja. Oh, was ist, wenn wir zwei Babys zusammen machen? Ja. Gibt's auch Reiß. Heute alles. Mhm. So, hier drauf? Ja, danach können wir dann auch noch den linken spielen, den linken Baby gleich. Oh, vielleicht reicht das vorher doch nicht. Ja, ah. Ja, sagst du? Ja, ein Archer. Passt. Ganz ehrlich, ich sag keinen Goblin, komm, mach keinen Archer. Ist gut. Und dann jetzt halt noch einen einzelnen Bomben, meiner, wenn nix nachkommt. Mhm. Wie viel HP hat der noch? Ja. Schmutz. Ja. Passt. 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 Ausgerechnet. Wir hatten die HP 2. Oh, sehr nice. Ja. Dann ist alles da. Jetzt haben wir gleich Full-Field-Babys. Ja, und vorne die Kobolde sterben halt nicht. Das ist der Schmutz. Ja, machen wir einen Archer und hoffen, dass wir Goblins gleich kriegen. Natürlich nicht. Ne, nur Babys. Warte, wie viel bräuchten wir? Schau mal, das Goldlager ist 1000 HP, oder? Mhm. 600 nur. Ne, 600. Okay, wir brauchen drei Goblins da. Und ist der Goblin auch in One-Hit? Der ist One-Hit. Ja, ja. Hier kommt jetzt ein Archer. Vielleicht auch den Goblins. Wenn jetzt ein Baby kommt, brauchen wir halt zwei Goblins. Ja, machen wir auch jetzt. Nein. Bitte, jetzt muss noch ein Baby kommen. Na ja, Mann. Ja, klar. Goblins oder Prinzen? Goblins, denke ich. Ja, denke ich auch. Das ist so ärgerlich. Das ist so. Babys. Babys. Zwei Goblins. Das passt, ja. Zwei Goblins. Und dann können wir noch... Einen Prinz wahrscheinlich. Einen ganzen Prinz. Ja. Ich glaube, und meiner ist besser. Und jetzt bitte noch ein paar Goblins nach. Ja. Ich glaube, ich würde... Ja, er spawnt halt alles. Sonst hätte ich gesagt, spielen wir erst noch eine Archer. War ganz vergessen. Ja, okay. Ja, wir brauchen eigentlich nur den einen. Fast. Ja, ich würde reingehen und hoffen, dass vielleicht noch ein paar Goblins kommen oder so. Ja. Ja, ja, ja. Oder eine Wocket. Ja, ganz schön. Goblins. Ah, wir sind so schmutzig. Warum haben die so viel HP? Mhm. Ja. Babys. Ähm. Swaps. So, ein Bomb-Miner. Jetzt links Goblins oder so. Oder zwei Goblins. Ist auch nice. Ist egal, wie rum eigentlich. Ja. Du kannst auch einen Swap. Dann stehen die Babys noch zusammen. Mit dem rechten Problem. Ja. Digga. Was ein Schmutz. Wockets. Ja, müssen wir. Ja. Vor allem, wie die Goldschlager sind. Können wir jetzt so schön die Wockets raushauen. Oder einen Bomb-Miner. Ne, drei Wockets und ein Baby. Ja. War trotzdem Schmutz. Ja, ist safe. Die Unifits lassen sich echt nicht sehen, Mann. Jetzt bringen auch keine Bomb-Miner mehr was. Jetzt können wir die Goblins nehmen. Ja. Goblins. Schmutz. Ja, ja. Bomb-Miner. Erster Bomb-Miner. Rief in den Statesen. Oder so. Digga. Ich hatte zwei Runs in den beiden. Habe ich von Anfang an auch Bomb-Miner bekommen, oder? Ja. Die Rockets alleine bringen uns heute eh nix. So, eine Rocket gesaved. Nice, nice. Digga. Lass Goblins nehmen, aber. Ist doch echt traurig, Digga. Ich mache doch Goblins. Äh, wenn das so Infinity wird, dann fresse ich ja mal nen Besen, Digga. Ist echt laudig. Jetzt brauchen wir nen Baby. Wie viel? Okay. 10er Babys. Bomb-Miner brauchen, bringen wir uns gar nix gerade. Der Zug ist abgefahren. Digga. Das ist einfach ein Bug. Ah, komm. Das ist wirklich dumm. Ja, das hat dir keinen Unterschied gemacht, wenn du bist so reingegangen. Ja, ja. Erst danach mit Bomb-Miner und dann mit den drei Goblins machst du keinen Unterschied. Schmutz, Schmutz. Babys. Ja. Vielleicht reicht der eine. Nö. Natürlich nicht. Auch gleich connected. Sprinzen. Ja. Ja, ja. Ich glaube auch. Nicht, sondern einfach Lost. Wir spielen uns mal ganz nicht. Passt. Ist eh vorbei, Digga. Ach, Digga. Jetzt kriegen wir nicht mal 14 Goblins, sondern nur 12. Ja, ja. Lieber die hohen Gebäuden-Rocketen. Aber 4 Goblins machen, wird auch so. Ja, nicht sogar 5. Ja, mit 5 sind wir durch. Hoffentlich. Ja. Jetzt haben wir einfach nichts mehr in Stage 13, Digga. Naja, wir haben jetzt noch was. Naja, wir kriegen jetzt noch was, aber... Ja, nicht. Ja, nicht. Jetzt können wir uns die Bomb-Miner auch im Hintern schieben, Digga. Ist eigentlich ganz okay. Meinst du Prinzen lieber? Rechts haben die halt kaum Welt. Ja, wir können auch. Aber die Babys machen halt die Mauer auch auf. Ja, wird schon reichen. Ja, das wird reichen. Oh, sogar ein Goblin zu viel. Nice. Wir schwimmen so hardcore. Aber nee, es ist letztes Ende. Wir kriegen keine Truppen dazu. Aber 6 Rockets noch. Jetzt kommt der 14er Goblin. Ja, ja. Sonst 16er wär jetzt was zumindest. Verbaren. Ja, wir müssen Babys nehmen. Und danach müssen wir viel Rockets spielen. Wahrscheinlich. Ja, wir können auch Babs nehmen. Ich glaube, es ist sicherer. Nein, ja, Babs. Ja, wir müssen erstmal rocketen. Mit 3 Rockets sind wir durch. Ja. Keine Ahnung, das check ich noch. Hä? Ja, Schmutz. Malch gedacht. Der ist doch erstmal auf die Kobo-Chitte gegangen. Neun Babys. Das wären immer weniger. Die Babys wären gerade echt besser gewesen. Da hattest du recht. Das hätten wir nur noch ein Gebäude dabei bekommen. Ich will keinen Token. Ja, meine Freunde. Das waren mal wieder die Refills vom Feinsten. Die Goblins haben alles so gut gemacht. Digga, ich sag's euch wie es ist. Momentan Liga absoluter Krampf. Ich hoffe, dass das Update was verändert. Ich bin unnormal hyped aufs Update. Und hab unnormal keinen Bock mehr auf die Liga momentan. Es macht einfach keinen Spaß. Naja, wir halten durch. Wir ziehen durch. Wir müssen auch durch das tiefste Loch gehen. Ja. Wir sehen uns morgen. Haut rein, meine Freunde. Bye, bye. Euer Alexander.